Uli S aus K bei S, ne aus S bei K. Aus S bei K. Ne, W. Der Reibuch hat mich mit sanfter Gewalt so ein bisschen auf die Güte genötigt. Das ist dann auch mein Debüt mit der Seele. Ich bin auch gar nicht nervös. Ich bin sehr nervös. Ja, nach meinen wunderbaren Gesangensbeiträgen, meine Stimme ist ja so ein bisschen limitiert beim Singen. Und dann mache ich was Klassisches, wo ich nicht mehr singen muss. Habe es dann versucht mit Beethovens Neunter. Hat nicht geklappt. Schade. Habe aus dem Fenster geguckt, da riecht so viel Schnee. Das war letzte Woche, ne? Und habe dann gedacht, du nimmst einen skandinavischen Komponisten. Wer kennt skandinavische Komponisten? Es war Grieg. Gut, das ist der eine. Den kennen fast alle. Es gibt noch einen zweiten. Kann ich Herrn Lellmann. Gut, das ist der dritte. Grieg ist Norweger. Ich habe dann jemanden genommen aus Finnland, nämlich Jean Sibelius. Aus dem Symphonischen Zyklus Finnlandia gibt es die entsprechende Hühne, die ich gar nicht mit Brille sehe. Ja, Hymnus aus Finnlandia. Das ist der dritte. 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 Amen. 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 Applaudissements